Waffenschein brauchen. Okay. Ja, wofür brauchen Sie? Achso. Ja, machen Sie. Um mich zu weinen in Notzitation. Haben Sie es gehört? Ja, das Ding ist, ähm... Sie haben Vorstrafen. Eine ganze Kette von Vorstrafen. Sie kriegen von mir keinen Waffenschein. Ich bekomme jetzt keinen Waffenschein. Nö. Willst du nicht verarschen, oder was, man? Du Sparte, du Schnappe! Das eiligst du dich nicht da! Und du gibst mir keinen Waffenschein! Du Idiot! Pass mal auf, du Spack. Jetzt geht's ins SG. Was, Spack, du? Ja, du Idiot! Meine Eierschutte meines Lebens ist weg, eine! Du sollst ihn doch! Herr Arum? Sie ferschen, oder? Sie hören meinen Klienten. Der kriegt einmal Beamtenbeleidigung. Ja, ich hab dann aber noch eine Frage. Da ich ja... Halt's falsch! Richtig. Einmal Handschellen dran taggern, einmal... Jetzt würde ich gerade Handschellen nehmen und das weg. Ja, perfekt. Das ist meine Abteilung. Ja, ich... Ja, und der kommt natürlich... W-W-W-D-E-E-S-S-S-A-H-E-E-S-A-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E.